Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Wer das Kino liebt, die große Leinwand, die Möglichkeit in Geschichten mitzulieben, zu hassen und zu leiden, der kommt beim diesjährigen Filmfest natürlich wieder richtig gut auf seine Kosten. In diesem Jahr findet das Filmfest Hamburg statt vom 28. September bis zum 7. Oktober. Und bei mir begrüße ich sehr herzlich den Festivalleiter Albert Wiederspiel. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Sie haben das Filmfest aufgebaut. Wir haben eben darüber gesprochen, von 1991, 1992 war das Gründungsjahr. Jetzt ist es Ihr letztes Filmfest. Aufgebaut habe ich das nicht. Das hat mein Vorgänger, den Credit muss man ihm geben. Josef Wutz hat das zehn Jahre geleitet, bevor ich dazu kam. Wie fühlt es sich an? Ja, lachendes Auge, weinendes Auge. Irgendwie, mir wird klar, dass ich das überhaupt noch nicht realisiert habe, dass es mein letztes Mal ist. Das realisiere ich wahrscheinlich am letzten Tag des Filmfestes. Dann würde ich sagen, oh. Aber im Moment fühlt es sich normal an, wie immer. Man bereitet vor, man ist in so einem kleinen Hamster, was so läuft und so. Und bin überzeugt davon, dass es gut wird. Und dann, wie ich mich dann damit fühle, darüber reden wir in zwei Wochen. Aber die Entscheidung steht und es gibt auch schon eine Nachfolge. Und die Entscheidung steht. Ich hatte immer gesagt, ich mache 20 Jahre. Dann habe ich mich verzählt, weil ich dachte, von 2003 bis 2023 macht 20. Stimmt überhaupt nicht, es macht 21. Also ich mache mein 21. Filmfest und höre dann Ende des Jahres auf. Eine Nachfolge steht schon, das ist meine Kollegin von der neuen Filmförderung Schleswig-Holstein, Malika Rabachala, die übernimmt. Freut mich sehr. Das heißt, der Migrationshintergrund in der Festivalleitung geht weiter. Ich bin ja selber, ich bin in Polen geboren, Malika ist in Paris geboren. Also ich finde, da steht Hamburg ganz gut, so jemand ein bisschen mit dem Blick von außen am Kopf dieses Festivals zu haben. Ja, wunderbar. Und auch der Trailer, sozusagen, wir freuen uns schon sehr auf das Filmfest. Und auch der Trailer, der ist richtig großartig geworden. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Entschuldigung. Oh, oh. Oh! 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 Hast du das verstanden? Ich weiß nicht so genau. Oh, war ja ganz nett. Oh! Oh, nee, mir klebt ein Kauch um ihren Schauch. Also von mir ist das nur klar. Ja und das macht natürlich richtig Spaß und Lust auf Kino. Der Eröffnungsfilm in diesem Jahr lautet, ich muss gucken, ob ich es richtig ausgesprochen bekomme, Inshallah a Boy. Warum ist dieser Film dann ausgewählt worden? Als A wollte ich schon immer, das war immer ein bisschen mein Anspruch, das Weltkino nach Hamburg zu bringen. Und wer kennt schon Filme aus Jordanien? Das ist ein ganz seltenes Filmland. Ich habe gesagt, das hier ist ein Erstlingswerk. Der lief in Cannes. Und ich habe den in Cannes gesehen. Und der ist betörend schön. Und gleichzeitig ist es empörend, was man da zu sehen bekommt. Und man leidet richtig mit. Insofern alle Adjektive, die Sie vorher entnannt haben, die haben wir in diesem Film als Zuschauer auf jeden Fall bereit. Es ist die Geschichte einer jungen Witwe und die Gesetzlage in Jordanien ist so, dass eine Witwe, wenn sie keinen Sohn hat, hat sie de facto keine Rechte mehr. Und die Rechte gehen an den Bruder des verstorbenen Mannes. Und die einzige Chance, die sie hat, ihre Rechte zu behalten ist, wenn sie schwanger wird mit einem Jungen. Daher der Titel Inshallah a Boy. Mehr verrate ich nicht, aber es ist ein sehr emotionaler, dramatischer Film mit einer brillante Hauptdarstellerin, die den Film trägt. Also ich freue mich sehr darauf, den am Donnerstag zeigen zu können. Sie haben eben gesagt, Ihre Intention ist es, auch internationale Filme, möglichst viele Filme nach Hamburg zu bekommen. Aus welchen Ländern oder welche Länder sind diesmal mit dabei? Also wir haben neulich gezählt. Wir haben 48 Länder dabei. Brauchen Sie die alle aufzählen. Das ist wirklich viel. Das kann ich ja nicht alles aufzählen. Aber nur um bei I zu bleiben. Island, Iran, Israel ist dabei. Das sind so Länder, die wir gerne immer zeigen. Die Skandinavien sind selbstverständlich dabei. Das guckt ja das Hamburger Publikum besonders gerne. Wir haben Italien dabei. Wir haben viele Franzosen. Wir haben Kanada. Also ich glaube, wir decken ziemlich viel ab, was so in der Welt ist. Und nicht vergessen, Lateinamerika. Ein großer Schwerpunkt bei uns seit Jahren. Und das versuchen wir auch zu decken. Asien, also you name it. Alles dabei. Es gibt aber auch Filme aus Deutschland. Zum Beispiel so eine moderne Adaption vom Schimmelreiter. Ja, von dem Minister himself geschrieben. Ja, habe ich gelesen. Herr Habeck. Herr Habeck. Herr Habeck. Herr Habeck. Herr Habeck. Herr Habeck. Herr Habeck mit seiner Frau haben eine Romanvorlage geliefert. Und das wurde zu einem Fernsehfilm. Denn wir zeigen, Herr Habeck kommt auch nach Hamburg, präsentiert seinen Film. In diesem Falle nicht als Minister, sondern als Schriftsteller. Was ja auch ein spannender Rollenwechsel ist. Aber ja, wir zeigen viele deutsche Filme. Wir zeigen deutsche TV-Filme. Da läuft dieser Film auch. Also wir versuchen seinen Rundumschlag zu machen. Sowohl Fernsehen, wie auch Kino. Sowohl Deutschland, wie auch Ausland. Also man muss versuchen innerhalb von 10 Tagen, 132 Filmen, so viel Weltkino dabei zu haben, wie überhaupt möglich. Einen Gast haben wir eben schon genannt. Das Besondere am Filmfest ist auch, dass man so ein bisschen in Kontakt treten kann mit Gästen. Wer wird dieses Jahr erwarten? Gibt es da so ein paar Highlights? Ja, wir freuen uns selbstständig auf Sandra Hüller, der wir einen Preis geben. Kommen wir gleich noch drauf. Und wir freuen uns auf Ken Loach. Ken Loach ist inzwischen 85. Er sagt immer, das ist sein letzter Film. Inzwischen glaubt niemand dran. Also es ist wieder sein letzter Film und er kommt immer. Ich finde das wirklich bewundernswert, wie viel Elan und Energie er noch in seine Filme und dann auch in der Promotion seiner Filme dahinter steckt. Das finde ich super. Es kommt der Mats Mikkelsen aus Dänemark, den wir alle lieben, schätzen und wunderbar finden. Denn es kommen sehr viele Deutsches da. Es kommt Heino Ferch. Der hat sogar zwei Produktionen bei uns. Also ich glaube, der Teppich, der wird ganz gut bestückt dieses Jahr. Der berühmte, der berühmte Teppich. Der berühmte rote Teppich, ja. Der Film von Sandra Hüller sozusagen, in dem sie die Hauptrolle spielt. Eine der Hauptrollen ist Anatomie eines Falls. Ja. Und sie ist als Schauspielerin auch schon vorgesehen für den Douglas-Sirk-Preis. Das ist schon bekannt. Genau. Das ist ja so, Sandra Hüller hatte die Hauptrolle in zwei wichtigsten Filme entkannt dieses Jahr, würde ich sagen. Und Cannes hat die komische Regel, pro Film nur einen Preis. Und der eine Film gewann die Goldene Palme, das ist die Anatomie eines Falls. Denn wir zeigen der andere Film, Zone of Interest, gewann den zweiten Preis. Und so hat Sandra Hüller gar keinen Preis bekommen in Cannes. Obwohl, ich fand, die ungegründete Königin von Filmverspielen Cannes war. Und da haben wir entschieden, also dann machen wir das richtig und wir geben Sandra Hüller den Preis. Ich finde, Sandra Hüller ist eine Ausnahme Schauspielerin. Und wer mal Sandra Hüller auf der Bühne gesehen hat, das muss ich gleich sagen, das vergesst man nie. Ich habe Sandra Hüller mal als Hamlet gesehen in Bochum. Das ist unvergesslich. Und ich finde es toll, dass wir in Deutschland so viele Stars haben, die sowohl Theater wie auch Filme machen. Sandra Hüller, Nina Hoss, Lars Eidinger. Das sind ja alle Leute, die im Theater eigentlich zu Hause sind, die aber gleichzeitig ganz tolle Filme machen. Und das ist was sehr Eigenes. Die französischen Schauspieler, außer Isabelle Luper, die spielen kein Theater. Sie sind nur fünf Schauspieler. Da haben wir wirklich was Besonderes in Deutschland. Was besonders auffallend ist und besonders attraktiv eigentlich auch ist, das ist beim Filmfest, sind viele kleine Filme, die es eigentlich ganz normalerweise nicht an die Kinokasse schaffen. Wie viele Filme haben Sie sozusagen die Chance diesmal sozusagen, dass man sie auch automatisch danach sehen kann, falls man keine Karten hat beim Filmfest? Wir haben gezählt. Ich glaube, von den 132 Langfilmen, die wir zeigen, kommen ungefähr 40 danach in die Kinos. Und den Rest, den gibt es leider nur bei uns. Also Leute, beeilt euch und schaut die Filme, die nicht ins Kino kommen. Die anderen könnt ihr immer nachholen. Wie ist denn das Interesse in diesem Jahr? Sehr gut. Die Zahlen sind phänomenal. Ich traue mir das nicht zu sagen, weil es nicht, dass es mir irgendwie Unglück bringt, aber die Zahlen sind sogar besser als vor den Corona-Zeiten. Also richtig, richtig tolle Zahlen. Wir haben aber auch ein tolles Programm und sehr viele gute Filme. Und es gibt auch sehr viele ausverkaufte Vorstellungen jetzt schon. Insofern, also ich bin sehr positiv. Ja, das klingt doch wunderbar. Wir haben noch ein Highlights, was wir kurz besprechen wollen, und zwar die Nacht des Films. Ja. Vom 2. auf den 3. Oktober. Was ist das? Wer kommt? Auf was muss ich mich freuen? Darf ich mich freuen? Wir haben ja einen Feiertag mitten im Filmfest, der 3. Oktober, Tag der Deutschen Anheit. In diesem Jahr in Hamburg, die große Feier. Und wir haben entschieden, vom 2. auf den 3. machen wir die lange Nacht des Films in Passagekino, Münkebergstraße. Und wir zeigen das ein bisschen zum Thema passend. Wir zeigen die Legende von Paul und Paula. Mein persönlicher Lieblingsfilm aus der DDR. Wir zeigen was ganz anderes. Die Akte Udo Lindenberg über Udo Lindenbergs kleine Episode in Ost-Berlin. Wir zeigen die deutsche Kettensäger-Massaker von Schlingensief. Und wir zeigen eine ganze Reihe von Kurzfilmen. Dazwischen kann man sich was zum Trinken bestellen an der Bar. Und wir haben einen kleinen Disco. Also wir versuchen eine nette Nacht im Passage in der Münkebergstraße. Sowieso ein der schönsten Kino Deutschland finde ich. Ja, absolut. Insofern haben wir gedacht, dann machen wir es dort. Der Bürgerfest findet ja auch vor allem in der Innenstadt statt. Um die Binnenalls da herum. Insofern ist Passage um die Ecke. Insofern kommen Sie bitte in Scharen und feiern Sie mit uns die lange Nacht des Films. Super. Jetzt beenden wir den Bogen nochmal mit dem Schlussfilm. Wir haben ja angefangen mit dem Eröffnungsfilm. Der lautet Paradise is Burning. In Burning? Is Burning. Mika Gustafsson, was ist das? Eine ganz junge Regisseurin aus Schweden. Und ja, Schweden ist ja das Pipi-Langstrumpf-Land. Und das ist irgendwie, irgendwie musste ich doch an Pipi-Langstrumpf denken. Weil hier sind drei Schwestern, 16, 13, 7 Jahre alt, allein zu Hause. Der Vater ist schon lange weg, die Mutter ist offensichtlich auch schon nicht mehr da. Und die drei Schwestern versuchen ihren Alltag irgendwie zu meistern. Wohl wissen, dass das Sozialamt um die Ecke lauert und die irgendwie sehen will, was da los ist. Wir fangen an mit einem Film über sehr altmodische, patriarchalische Familienstrukturen. Und wir enden mit einer Familienstruktur, die völlig neu ist, nicht patriarchalisch und irgendwo anarchisch. Eine Frage noch zum Schluss. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Haben Sie einen? Das ist immer schwierig zu sagen. Der Eröffnungsfilm liegt mir schon sehr am Herzen. Und sonst gibt es einen rumänischen Film. Den liebe ich sehr. Und ich liebe vor allem auch seinen Titel. Der heißt nämlich Don't expect too much of the end of the world. Und das finde ich ein wunderbares Motto. Das ist auch ein hervorragendes Schlusswort für unseren kleinen Talk. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ein erfolgreiches Filmfest. Vielen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Und liebe Zuschauer, das war schon wieder von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.